Das ist gar nicht scharf. Echt nicht. Da muss man zusammen sein, Kalle. Also es gibt Schärferes einfach. Ein Berg. Der einsame Berg. Super Mario. Das wird richtig schlecht hier gerade schon. Sonic. Der einsame Berg ist... Sieben. Ähm... Das ist keine Zahl, Kalle. Mulan. Das ist ein Film. Pocahontas. Ähm... Brasilianische Ding. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ne, mich ehrlich nicht. Alter, sieht übelts danach aus. Ich weiß. Ja. Ich wollte es nicht zu leicht machen. Ähm... Äh... Ich filme... Ich filme... Ich habe irgendwo hingefilmt eine ganze Zeit. Irgendwo an die Decke oder so. Das ist Gott auf dem Berg. Ey, das ist auf jeden Fall Rio de Janeiro. Ja, das habe ich auch. Vier Fäuste gegen Rio. Äh... Alter. Machst du das schlecht. Alter. Ähm... Jesus, Alter. Äh... Die Kreuzigung. Der blutige Pfad Gottes. Also... Also für die Perspektive würde mich Frau Snur so töten. Äh... Weil das ist echt der... Titanic, Gottverdammt! Oh! Nein! 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 Das ist echt Titanic... Also warum... Das Geilste, das Geilste... Ganz, ganz ehrlich. Das Geilste an diesem Spiel ist, du kannst halt niemanden blamen, weil es findet immer jemanden raus. Bei Perspektive habe ich nämlich umgedacht. So, hier. Das war aber auch ein Tipp. Das habe ich auch versucht. Das war ein Tipp.